ich hab's alles gut die lila paletten die auf dem anhänger sind ich hab noch mal in einen shop reingeguckt was da bis jetzt noch nicht verwendet wurde das stand es bei den lila paletten das steht drauf miss boi metall das ist eckhardt eckhardt deiner asche ich hab noch mal hier hm 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein Untertitelung des ZDF, 2020 Ne Ups Scheiße Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So Kippe im Mund Passt, passt, ja Ja Ja, achso Reich verlassen Vor allem mitten in der Nacht hier gleich, ja, und schön am Rauthausplatz Ja, ja, mitten in der Stadt, hallo, oh, auf den, ist so Stahlträger Ja, naja, okay, ja, okay, ja, ja, okay, wenn ich die Kirche bauen, Alter, was bauen wir hier? Ja, und was hat er gesagt, mit Kirche auch, ja? zum schluss hier nach der kirche haben wir ablaufen fußabtritt gelassen das war eine kiste ist sehr realistisch ja also verstehe komisch ist auch dass es hier voll tief reingeht die treppe so viel zu hoch jetzt nicht mal wenn man hier so reinguckt guck mal rein hier ist auch gerade licht angewiesen in den rechten fenster das ist jetzt einfach ausgegangen ja sicherheit abgeschlossen ja früher ja stimmt deswegen helme ja nicht so dass du ganz hause anreißt das meinte ist gut und so kriegt mehr zu verkündet die wand von außen in die rechnung mensch was kaputt macht ihr doch ans hören ist alles gut ja ja gar kein problem und durch den einzelnen vom gehalt abgezogen ja das kann jetzt arbeitsunfälle können passieren eigentlich keine schubkarre könnte man so schön die blumen oder die bäume mit dem schubkarre reinfallen mit dem kran wie viel stadträger sind denn das noch ich freue dich mal die platten müssen auch noch wieder rein bestimmt den anderen kran konnte man hier nicht mit aufstellen nämlich halt nachher noch den bagger und mal im bagger noch mit dann für jede für jeden baum ein loch ausheben nachdem wissen wir ja wer es macht ich bin jetzt mal kurz auf karte ich mache mal schnell ein käffchen ja aber das der helm auf ja sicher popen sich im ohr warum wir schnell ein käffchen jetzt macht er da schon wieder ein whatsapp hat bestimmt fußfotos bekommen damit dass ich gleich den körper nach türrahmen weil er hoch ist der scheiß jetzt schon rücken nach vier stunden stelle vorher muss jetzt noch noch 44 stunden machen achten scheiße es ist fast dunkler das ist nur noch oben ein lichtern aber hast du nicht süd oder kirche? nö erst mal rathausplatz hier ja steht er natürlich mitten im dings ne? ja 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 genau nur der eine da noch ja mal gucken ob ich ihn wegrappen kann bin Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das war genau die Die frische Richtung Wartiger Anlauf Super, geht nicht Mit der Raupe vielleicht Aufstehen Oh Ich denke ich werde gleich Schluss machen Ja Es dauert noch Ne, aber Ich bin seit 4 Uhr wach Ich habe auch Eine Nacht beschissen Und zwei Nächte beschissen Aber Ich will morgen frühzeit raus Warum? In der Garage Achso Ich muss fertig werden bis nächste Woche Ja Ich das nächste Woche mit auf Arbeit nehmen kann Und dort schweißen kann Oh Rausschwenken Ja Stahlträger Stahlträger Ja Mal gucken Kann doch nicht wahr sein hier Wir konnten nicht weitermachen Wir konnten nicht weitermachen Was ist denn hier los? Du standest mitten auf dem Stahlträger den wir brauchten Der Auftrag hat nicht abgeschlossen Toll Wie Martin alter Ich hole mir mal einen Kaffee und komm mit essen wieder Ich geh mal kurz pink und komm mit essen wieder Jetzt geh mal da raus Junge Ja Musst du erst mal eine spinne entfernen Die liegt jetzt auf dein Toastboot Richtig Sand liefern Mann da waren Viertel 4 Sand H Background Äh höh Föhn Sand Na dann Ich bin dich macht noch maximale Erfolge Und Jazaa jajaja Wie machst du Feierabend oder wot? Ich bin seit 4 uhr was, ich habe die Schnaufer zu feiern Achste wie es 3-Tage-Regelung HaSh Filma Na dann, tschüssi! Was wird denn das hier? Boah, das war jetzt aber auch eng hier. Ja, war schon ein bisschen. Ja, das war schon ein bisschen. Ich bin jetzt noch ein bisschen. Aber ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Da geht's. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ja, das war schon. Hey. Hey. Mann. Huge. Nice. Dann verdichten. Oh, ich hab hier voll sind hingekehrt, es ist einfach überall sand. Oh, so gut verteilt, würde ich sagen. Ne? So wird was beim Stand machen müssen. Ja. Verdichten. Oh, jetzt mir mal Rückler holen, Junge. Oh, ich hole. Oh, holste? Ja. Haben wir eine oder musst du eine kaufen? Nö, wir könnten. Oh, die ist gerade wieder eingegangen. Erdbauwalze. Und wieder ausgegangen. Kann gerne eine andere von euch machen, wer will. Oh. Über zu verdichten. Ne, mach mal. Ja, du hast abgesetzt, du hast schon neun Prozent. Ja, das stimmt. So, ich bin gerade mit dem Wind. Ich bin gerade mit dem Wind. Oh, ich bin gerade mit dem Wind. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. ja was sagt und klar logischerweise doch an der cpu das spiel abgestürzt ist immer wenn sie kaputt ist so wie kann ja gar nicht mehr arbeiten dann richtig ja ja ja